da bin ich auch schon wieder und da geht es auch schon weiter die studie modus wieder ausschalten zack so da bin ich wieder so und damit sagen und weiter und das ist einfach so ultra laut hallo was 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 nein shit 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 ähm Leute wieso blödsinn kurwe jawoll ähm hallo schießt also nicht in den rücken das ist übel unhöflich alle daten zack jetzt ja was mit äh links rechts links rechts ah genau falsch spitzen taktik hey alter was nicht so was nicht so was drecks heli alter die scheiße ab was auffällig der weg da r aber j j j j ja ich hab das Ding da reingeschoben weil so nicht dass ich schuld wäre oder so aber uhr Dankeschön ich vermute mal wir müssen da durch Entschuldigung ich guck mal ganz kurz was noch schauen gut bei batterien ist jetzt nicht so pralle war auf darf ich kurz danke hier gibt's was äh da ist irgendwo der Lamp da Frage ist nur so easy ja no problemo bisschen Muni und ne batterie sehr geil waaah waaah komm schon nicht so ein blödsinn so wir gucken nur wo ach so verdammt das muss nur scheiße oh zack dankeschön oh danke ja 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 da da wo die da da wo dort da gibt's da wo da ja da alle 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 Kresse? Hinten was? Nein. Eh, so nahm, mich zu schießen! Das ist übel unhöflich! Äh, ich muss erhofften können. Ich fahr das in die Reine, bisschen doof, oder? Ja. hier gibt es auf jeden Fall was das da kann ich mich ein Hallo ich bin nicht kaputt Mousseau und abland da hier wohl K 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 hier was hier gibt es nicht hier gibt es was S Uwe Lampenetik in 45 wir sind beim Anwanderen Prozent wo war hier der wunderschönen ein blöder Heli so gut jetzt wenn ich so vom Himmel holen kann es so sicher sein als nun nicht wie so weit ich das rausgefunden habe geht los gut gut und dann mal hier drinnen anhalten so eine blöde die Bombe ja reingeschmissen was soll das ach ok stehe können wir gar nicht durch äh Alter was wir müssen unser Boot hier runterlassen wir müssen unser Boot einfach da drauf stellen äh äh Alter nödes Ding ey so das sind natürlich die Charger und schön vollziehen so dankeschön und direkt zweifeln uaaah ich muss den Fuß runter oder was jetzt ja klar ich muss natürlich verkehrt rum drauf gestellt wie wie sollte so anders laufen ehrlich so und los gehts wird bis ab das ist Moz okay jetzt kommen wir durch jawohl oder was okay okay hier ins Loch oh Gott ein bisschen abgelenkt Entschuldigung was gab da draußen gab es noch sorry blöder Heli hau ab was müssen wir warten Alter schießen die wieder Alter Aua Aua alle Daten Reportagen der Reportagen verstehe ich das gerade richtig Vincent Schneider und ich habe gerade etwas aus dem Konzept würde Helis auf jeden Fall weg Alter was Dankeschön hier geht es hier geht es hoch das hat es jetzt nicht so was ah ok da steht sie von alleine ich schmeißen einfach alles rein was wir haben was nehmen wir auch nicht brauchen wir gar nicht guck mal was wir hier oben alles schön haben ok da oben haben wir eine Waschmaschine die könnte uns auf jeden Fall auch helfen oh ja nur noch runterschieben jawohl einmal frei ist schon zum drüberfahren oder nur noch was rein ich weiß es gar nicht ich will sagen wir mal ein bisschen Müll rein so zack schaden kann es auf jeden Fall und los geht er jawohl perfekt so wir haben zur Ruhe dann geht es ab durch den Tunnel so oder auch nicht hallo ja ich würde es nicht glauben wenn ich das nicht selbst sehen würde Doktor Gottfried er hört es selbst jawohl es ist natürlich wieder ein bisschen leise ne jo lauter so los Beeilung wir müssen die Zelte abbrechen und schnell sind es weg ja aber das nehme ich mit komm nur rein ich zeig dir was ob die zukommt ja ja geht es da los ein bisschen umgucken hier ja kommen wir schon danke da schau dir das an das hier ist der Damm ist nicht weit von hier okay Eli ist hier versteckt direkt am Perimeter mitten im alten Wasserkraftwerk aber wenn der Jagdschrauber an dir dran hängt kommt man da praktisch nicht hin die gute Nachricht der Votegons bringt das Luftboot gerade auf Vordermann danach hat es noch mehr Feuerkraft ich glaube er wird gerade fertig raus jetzt noch mehr Feuerkraft wir könnten überhaupt nicht schießen davor also wir sind jetzt hier wir müssen da zum Damm ah ja ok na dann bitte sehr diese Waffe war auch mal in so einem Jagdschrauber montiert ist fast sowas wie ironisches Schicksal hol den Schrauber montier und es sollte möglich sein Eli zu erreichen ja wohl wird Dr. Freeman tun aber es wird das ganze trotzdem jetzt erst mal beenden ja die Tippe wie gesagt wird das ganze jetzt erst mal beenden ich weiß nicht wie lange ich will oder fast vier Stunden wie gesagt er hat uns ganz jetzt aber einfach mal kurz speichern und dann nehmen uns bestimmt die Tage wieder also nachmittags bis abends dann los jetzt doch ja die Kappe noch gezählt du spinnst du ja ich sag mal gut lag gefahren ich stecke euch ins Auto und dann wenn man das ganze hier auch erst mal so mh 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 mh